In einem Video vom Shisha-Anfänger zum Hooker-Master, alle Tipps und Tricks und alles, was du wissen musst von A bis Z in diesem Video hier. Für alle, die mich noch nicht kennen, moin, ich bin Marvin, rauch seit mittlerweile 14 Jahren Pfeife und versuche heute so viele Tipps und Tricks in dieses Video zu packen, wie ich noch kann. Als erstes schnappen wir uns hinter mir eine Pfeife und wir reden erstmal über den Aufbau von der Shisha. Fangen wir direkt einmal an mit dem Aufbau von der Pfeife. Grundlegend gibt es zwei verschiedene, beziehungsweise vier verschiedene Arten. Erstmal müsst ihr gucken, ob ihr eine Steckbowl habt oder eine Schraubbowl habt. Dann gibt es noch ein Schlauchpfeifen und vier Schlauchpfeifen. Und anhand von diesen zwei Beispielen zeige ich euch jetzt mal den Aufbau. Um euch einmal den Aufbau von den verschiedenen Pfeifen zu zeigen, habe ich sie einmal auseinandergenommen. Auf der Seite haben wir einmal die Flashbang von Emotion und auf der Seite haben wir einmal die Viral Evoke, zwei meiner Lieblingspfeifen. Im Grunde haben die meisten Pfeifen vergleichbar ähnliche Teile. Es gibt meistens ein Element, was das Tauchrohr ist, was am Ende im Wasser hängt. Es gibt einmal die Rauchsäule, die über der Base sitzt. Dann natürlich die Base, die beides miteinander verbindet. Ein Kohleteller, der überhalb der Rauchsäule und unter dem Kopfadapter sitzt. Dann natürlich noch den Kopfadapter, wo dann noch eine Kopfdichtung drauf kommt. Und dann natürlich der Kopf. Die gibt es aber auch in verschiedenen Konstruktionen. Das werdet ihr aber auch gleich nochmal an dem Beispiel sehen. Und dann haben wir noch Kugeln, die in der Base sitzen, damit wir keine Luft ziehen, aber Luft entlüften können. Der sogenannte Blow-Off. Und bei einer Steckbase haben wir natürlich noch eine Gummidichtung, die einmal zwischen der Base und der Bowl abdichtet. Und die Bowl ist am Ende des Gefäßes, wo dann natürlich noch das Wasser reinkommt. Bei einer Vierschlauchpfeife wird es ein bisschen komplexer. Da haben wir nämlich bei der Base meistens vier oder manchmal auch nur zwei Anschlüsse. Und diese Anschlüsse können einfach ein Magnet sein, der hier in die Base reingeht. Oder ein Schliffanschluss sein, der aus zwei Stücken besteht. Einmal der Anschluss, der dann an die Base geschraubt wird. Und dann noch ein Gegenschliffstück, was da noch mit reinkommt. Auch bei den Kugeln. Bei manchen sitzen sie in der Base, bei anderen sitzen sie im Schlauchanschluss, bei anderen sitzen sie im Gegenstück für den Schlauchanschluss. In dem Fall haben wir hier die Kugeln, die einfach in den Anschluss gelegt werden. Und dann kann das Schliffstück darüber und schon ziehen wir keine Luft mehr, wenn mehrere Leute mit rauchen. Fangen wir mal mit der Vierschlauchvariante an. Als erstes bringen wir die ganzen Schlauchanschlüsse an der Base an. Ich würde meistens an der Base anfangen, weil da die meisten Teile dann dran montiert werden, nach und nach. Das heißt, wir schrauben einmal unsere vier Schlauchanschlüsse rein, legen in jeden Anschluss eine Kugel, damit wir keine Luft ziehen. Auch noch ein wichtiger Tipp. Solltet ihr eine Vierschlauchpfeife haben, aber die alleine rauchen, dann könnt ihr aus genau einem Anschluss eine Kugel rausnehmen. Und zwar der, mit dem ihr raucht. Sagen wir, dass wir mit dem Anschluss hier später rauchen wollen, dann könnt ihr in diesem Anschluss die Kugel rausnehmen, was euch ermöglicht, dass ihr einen besseren Durchzug habt. Sobald ihr aber mit mehreren Leuten raucht, muss in jedem Anschluss eine Kugel sein. Dann können noch die Schliffgegenstücke, wo dann die Schläuche dran kommen, wieder eingesteckt werden. Da müsst ihr auch gucken, vielleicht habt ihr noch einen Diffusor mit dabei. Hier haben wir auf jeden Fall einen, den könnt ihr zweierlei aufschrauben. Entweder so, dass die Löcher nicht nach unten zeigen, wir also keinen Diffusor haben, oder wir drehen das Ganze einmal um, schrauben das so rum drauf und die Löcher hängen im Wasser. Je kleiner und je mehr Löcher ein Diffusor hat, umso leiser ist die Pfeife und umso gleichmäßiger lässt sich das ziehen. Wollt ihr also ein schönes Blubbern haben und das klassische Shisha-Gefühl, dann würde ich euch empfehlen, ohne Diffusor zu rauchen, sprich so rum zu montieren. Das Tauchrohr können wir jetzt einmal von unten in unsere Base schrauben. Dazu drehen wir die Base einmal um, schnappen uns das Tauchrohr und schrauben das einmal von unten gegen, bis wir nicht mehr weiter drehen können. Die Gewinde könnt ihr einfach handfest anziehen. Ihr solltet gucken, dass es gescheit sitzt, aber ihr müsst nicht unglaublich viel Kraft aufwenden, dass das Ganze funktioniert. So, jetzt sind wir schon bereit, um die Pfeife einmal auf die Bowl zu schrauben. In dem Fall haben wir hier, wie gesagt, die Variante mit einer Schraubball. Dann geht ihr einfach her, steckt das Tauchrohr und die Base nach unten und dreht einmal rechts rum die Pfeife zu. Überhalb von der Base haben wir dann noch die sogenannte Rauchsäule. Die wird auch einfach von oben einmal auf die Base geschraubt. Einfach einmal aufsetzen und drehen, bis das Ganze sicher sitzt und handfest angezogen wurde. Und dann fehlt uns oben nur noch eine Sache und das ist der Teller. Der Teller bei unserem Beispiel mit der Viro Evoke besteht aus drei Teilen, einem Kopfadapter, einem Schliffanschluss und einem Teller. Es gibt nämlich manche Pfeifen, da wird der Kohleteller verschraubt, wie gleich bei der Flashbang. Und es gibt andere Pfeifen, da wird das Ganze oben auf die Rauchsäule aufgesteckt. Dazu einfach einmal das Stück mit dem Gewinde durchstecken, auf der anderen Seite das Schliff gegen ein Stück verschrauben. Und dann habt ihr hier eine fertige Tellerkonstruktion aus den drei Teilen, die wir danach ganz einfach hier oben aufstecken können. Es gibt noch ein zusätzliches Teil, was hier dazwischen könnte. Bei euren Pfeifen steht immer die Beschreibung dabei, was für eine Art von Schliff das ist. Meistens sind es 18-8er oder 14-5er Schliffe. Und hier könnte dann zum Beispiel noch ein sogenannter Molassefänger mit dazu, der verhindert, dass die Molasse runter in die Bowl läuft und eure Bowl dann voll mit Molasse ist. Das hat keinerlei Nachteil, es sieht nur einfach nicht so schön aus und deshalb wollen das manche Leute nicht. Und dann könntet ihr hier noch einen Molassefänger mit dagegen packen und oben dann den Tellerschliff anbringen. Und dann würde das Ganze eben so aussehen. Ich finde die persönlich einfach nicht schön, deswegen mache ich die bei meinen Pfeifen nicht dran. Meine Pfeifen werden sowieso nach dem Rauchen wieder gereinigt und von daher ist das für mich kein Problem, wenn ich die einfach weglasse. Aber wenn ihr sowas möchtet, der muss hier dazwischen oder es gibt auch noch sogenannte Aufsteckmolassefänger. Die könntet ihr dann einfach hier oben über dem Kopfanschluss noch draufstecken. Beispiel Nummer 1 mit der 4-Schlauch-Schraubpfeife ist fertig. Kommen wir zu dem deutlich einfachen Aufbau von der Flashbang. Als erstes fangen wir wieder bei der Base an. Hier müssen wir einmal noch die Kugeln reinlegen, 5 Stück an der Zahl, einmal hier ganz einfach in die Base geworfen. Bei manchen Pfeifen gibt es noch eine andere Besonderheit und das ist, dass das Tauchrohr nicht geschraubt wird, sondern das Tauchrohr nur durch die Base gesteckt wird und von der anderen Seite dann mit der Rauchsäule verschraubt wird. Ihr seht jetzt das Gewinde hier oben in der Mitte von der Base und da schrauben wir jetzt einfach die Rauchsäule einmal gegen. Die Base wird sozusagen also nur zwischen dem Tauchrohr und der Rauchsäule eingeklemmt. So, das könnt ihr auch wieder handfest anziehen und schon sind wir damit fertig. Dann einmal noch die Dichtung über das Tauchrohr drüber und einmal unten über die Base ziehen, damit wir die Pfeife dann luftdicht auf die Bowl packen können. Auch bei dem Teller ist die Flashbang ein bisschen anders. Man legt nämlich den Teller einmal nur drauf, der rastet dann wunderschön ein. Dann können wir den Kopfadapter noch einmal gegenschrauben und schon sind wir fertig mit dem Aufbau von der Flashbang. Das geht deutlich einfacher, das geht deutlich schneller. Dann nehmen wir uns noch unsere Bowl, stecken das Ganze einmal rein, drücken leicht zu. Wenn das ein bisschen schwer bei euch geht, könntet ihr hier noch einen Schluck Wasser dran machen, damit das Ganze einfacher in die Bowl flutscht. Aber hier funktioniert das Ganze wunderbar. Bei der Pfeife hatten wir jetzt keinen Schliff oben, das heißt einen Aufsteckmolassefänger könnten wir hier jetzt zum Beispiel nicht benutzen. Aber wie doof würde das aussehen, wenn der dann noch unter dem Teller mit dabei wäre. Außerdem haben wir beim Aufbau noch ein Mundstück und ein Schlauchgegenstück. Das hier ist einmal der Schlauchanschluss, auf diese Seite kommt unser Schlauch dran und das andere Stück kommt in unsere Base. Das heißt, man nimmt sich einfach das Ende vom Schlauch, steckt hier einmal das Schlauchanschlussstück drauf und drückt das einmal ordentlich rein. Und auf das andere Ende vom Schlauch kommt dann einfach noch unser Mundstück. Muss man vielleicht auch mal noch einen Schluck Wasser drauf machen oder einfach ein bisschen drücken. Und dann habt ihr euren Schlauch fertig. Auf der einen Seite das Schlauchanschlussstück und auf der anderen Seite das Mundstück. Im Fall von der Flashbang ist das Ganze jetzt auch noch magnetisch. Das heißt, hier einfach einmal dran halten, klick und schon ist das Ganze drinne und fest. Und als nächstes nehmen wir uns unsere aufgebaute Pfeife, gehen in die Küche und machen Wasser in die Bowl. Für den Wasserstand gibt es einen relativ einfachen Trick. Bei Clear Bowls ist das Ganze ein bisschen einfacher als Bowls, wo man es nicht gut durchsieht. Aber im Grunde wollt ihr immer ungefähr, dass das Tauchrohr so einen Daumenbreit im Wasser ist. Also wissen wir, dass hier unser Wasserstand ungefähr so weit gehen muss. Und bei dunkleren Bowls oder undurchsichtigeren Bowls müsst ihr das Ganze vielleicht mal ein bisschen gegen das Licht halten. Oder ihr guckt einfach, wann es anfängt zu blubbern. Habe ich aber auch nochmal ein extra Video. Dann die Pfeife einmal von der Bowl abnehmen, unter den Wasserhahn stellen und so kalt wie es geht, Wasser einfüllen. Bis zu dem Punkt, wo ihr denkt, dass das Ganze passt. Und dann könnt ihr das Ganze einmal anhalten, könnt auch die Bowl leicht bewegen, damit ihr den Wasserstand seht. Und wenn ihr denkt, dass das Ganze passt, dann könnt ihr die Pfeife wieder draufstecken. Die Pfeife ist erfolgreich aufgebaut, der Schlauch ist dran, das Wasser ist drin. Jetzt brauchen wir natürlich noch was, das da oben drauf kommt. Und das ist mit einer der wichtigsten Punkte. Die Pfeife ist relativ egal, solange der Durchzug nicht scheiße ist, die Verarbeitung halbwegs okay ist und das Ganze dicht ist, macht die Pfeife am Ende bei Geschmack und Rauch fast gar nichts mehr aus. Aber jetzt kommen wir zur Kopfauswahl, zur Setup-Auswahl und zum Kopfbau. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Als erstes gucken wir uns mal die Köpfe an. Und da gibt es grundlegend zwei Kategorien. Wir haben hier oben einmal die sogenannten Meerlochköpfe. Das heißt also, wir haben am Boden vom Depot mehrere Löcher, die nach unten weggehen. Die gibt es in klein, mittel und groß, je nachdem wie lange oder mit wie vielen Leuten ihr raucht. Raucht ihr alleine und ihr wollt sparsam rauchen, nehmt ihr eher einen kleinen. Raucht ihr alleine und wollt ein bisschen länger rauchen, nehmt ihr so einen mittelgroßen. Und wenn ihr lange rauchen wollt, das heißt mit Kohle nachlegen oder wenn ihr mit mehreren raucht, dann ist es am besten, wenn ihr einen mit viel Tabakvolumen nehmt, weil das Tabakvolumen ist ungefähr sowas wie ein Tank. Ihr könnt euch vorstellen, je mehr Sprit in den Tank passt, umso weiter könnt ihr natürlich fahren. Und bei einem Depot ist es genau dasselbe. Umso mehr Tabak in ein Depot passt, umso länger könnt ihr damit rauchen. Und das Ganze funktioniert natürlich gleich bei der zweiten Kategorie, die Einlochköpfe, sogenannte Funnel. Die gibt es nämlich ebenfalls in sparsam, mittel oder viel Verbrauch, beziehungsweise kurz rauchen, normal rauchen oder lange rauchen, je nachdem, was ihr eben sucht. In unser Depot kommt natürlich noch Tabak, das zeige ich euch gleich. Aber da muss auch noch was oben drauf und da gibt es ebenfalls verschiedene Setups. Wir brauchen nämlich noch irgendwas, was über unserem Kopf liegt, sodass wir die Kohle nicht direkt auf den Tabak legen. Das würde ziemlich scheiße schmecken. Da gibt es grundlegend wieder drei Kategorien. Einmal natürlich Alufolie, normale Haushaltsalufolie, sogenannte Panzer-Alufolie, also besonders dicke Alufolie. Ein Kamin-Setup mit einer Besonderheit, zu der wir gleich kommen. Und sogenannte HMDs, Smokeboxen oder wie auch immer man sie nennen möchte. Die gibt es meistens in Alu oder aus Edelstahl. Bei dem Kamin muss man natürlich noch dazu erwähnen, dadurch, dass das Kaminröhrchen in der Mitte sitzt, ebenfalls auch unten in der Mitte sitzt, wäre das ziemlich doof, das Ganze auf einem Funnel zu benutzen. Erstens passen sie selten auf Funnel, aber selbst wenn sie drauf passen, würdet ihr zu viel Luft durch das mittlere Kaminröhrchen ziehen. Das heißt, falls ihr einen Einlochkopf habt oder einen sogenannten Funnel, dann würde ich euch nicht empfehlen, einen Kamin da zu benutzen. Aber beim Einlochkopf könnt ihr immer noch die Alufolie benutzen oder den HMD benutzen. Bei einem Meerlochkopf könnte man einen Kamin benutzen, wenn der da drauf passt. In meinem Fall würde der jetzt nicht passen, weil diese Köpfe extra für eine Benutzung mit einer Smokebox gemacht sind. Das heißt, bei mir können wir jetzt den Kamin beiseite legen, aber an sich, wenn ihr einen Kopf habt, auf den euer Kamin drauf passt, dann könntet ihr das jetzt so einfach machen, nachdem ihr euren Kopf mit Tabak befüllt habt. Es rauchen immer noch einige Leute gerne mit Alufolie, würde ich euch allerdings nicht empfehlen. Denn aus meiner persönlichen Erfahrung, und das ist natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache, bin ich definitiv eher in diesem Team hier mit HMD. Funktioniert am einfachsten. Ihr befüllt euren Kopf, ihr setzt den HMD auf, ihr packt zwei bis drei Kohlen in die Smokebox rein und fertig. Dann ist das Ganze super easy gemacht und einfach am angenehmsten und am besten meiner Meinung nach. Probiert euch aber gerne aus im Verlauf eurer Shisha-Karriere. Testet einfach mal durch, was ihr persönlich da gut findet. Ich habe übrigens noch ein einstündiges Video über die Benutzung von sogenannten HMDs. Das könnt ihr euch auch sehr gerne mal angucken, aber im Grunde gibt es da zwei verschiedene Arten. Es gibt einmal HMDs aus Alu, die sind meiner Meinung nach anfängerfreundlicher. Ich benutze die aber tatsächlich immer noch lieber als die Edelstahl-HMDs. Die werden nicht ganz so heiß wie ein Edelstahl-HMD, sind dafür aber einfacher in der Benutzung meiner Meinung nach. Edelstahl-HMDs können heißer werden, da ist dann natürlich wieder Frage, was einem besser gefällt. Manche Leute rauchen lieber High Heat, für die ist also ein Edelstahl-HMD besser, und andere Leute rauchen lieber mit normaler Hitze, in Anführungszeichen, dann wäre ein Alu-HMD ebenfalls besser. Was ihr davon lieber mögt, kann ich euch nicht sagen. Wenn ihr euch am Anfang für eins entscheidet, würde ich sagen, nehmt euch ein Alu-HMD. Das hier ist jetzt bei mir der Onmo. Gibt es auch mit Code SWG-HMD noch die passende Reinigungsbürste dazu. Heute zeige ich euch das Ganze mal an einem klassischen Beispiel mit einem Funnel und einem HMD. Und den bauen wir jetzt einmal. Bevor wir zum Kopfbau kommen, aber noch ein paar Worte zu Tabak. Grundlegend gibt es zwei verschiedene Arten von Tabak. Tabak gibt es in Deutschland leider nur noch in sogenannten 25-Gramm-Packungen. Und hier erkennt ihr schon in der Farbe einen krassen Unterschied. Das hier ist sogenannter Virginia-Tabak und das hier ist sogenannter Dark-Blend-Tabak. Dark-Blend hat andere Aromen, kommt auch nochmal anders rüber. Man schmeckt etwas mehr vom Grundtabak, ist aber nochmal eine ganz andere Welt. Virginia hat deutlich weniger Nikotin und wird dafür für die meisten Anfänger deutlich besser geeignet sein. Das hier könnte für Anfänger oft eine ganz schöne Nikotin-Klatsche werden. Ich mache heute einen Mix aus beiden. Wir haben einmal hier einen Cola-Tabak von Ocean und auf der anderen Seite haben wir einen Brombeere-Tabak von Must Age. Einer meiner absoluten Lieblingsmarken. Der Kopfbau ist mit eine der größten Künste bei einer Zubereitung von einer Pfeife. Wie hoch, wie fluffig, wie gepresst man baut, das ist alles Geschmackssache. Das muss man für sich selbst herausfinden. Es gibt keinen ultimativen Hack, um euch den Kopfbau zu zeigen. Ich habe viele Tutorials, die versuchen euch das näher zu bringen. Aber im Grunde ist leider die Aussage, ihr müsst das selbst für euch herausfinden, wie euch die Köpfe schmecken. Ihr könnt mal höher bauen, mal niedriger bauen, mal mehr Hitze geben, also mehr Kohle draufpacken, weniger Hitze geben, also weniger Kohle draufpacken, fluffiger bauen, das heißt weniger angepresst oder auch angepresster bauen, um dann langsam herauszufinden, wie ihr das Ganze gut machen könnt für euch. Ich zeige euch jetzt einmal einen beispielhaften Kopfbau, wie ich das Ganze mache, wie das am Anfang auch gut funktionieren sollte. Aber das braucht leider etwas Zeit, da müsst ihr euch durchtesten. Was euch am Ende schmeckt, kann ich euch nicht sagen, das müsst ihr selbst herausfinden. Ein wichtiger Schritt allerdings, wenn ihr euch einen Kopf baut, ist erstmal umrühren. Der Tabak ist eigentlich nur Trägermedium für unsere Molasse. Die Molasse ist eine Zusammensetzung aus Invert-Zucker, Glycerin und den Aromen, manchmal auch noch andere Bestandteile. Und das Aroma ist ja das, was wir am Ende wollen. Das Glycerin sorgt für den Rauch und der Rauch transportiert das Aroma zu euch in die Lunge bzw. auch in den Mund. Und damit das eben schön verteilt ist, müssen wir hier einmal durchrühren. Und das macht ihr immer, wenn ihr euren Tabak neu nehmt. Wenn ihr jetzt direkt noch einen zweiten Kopf bauen würdet, müsstet ihr nicht nochmal umrühren, baut ihr aber erst am nächsten Tag einen Kopf, rührt ihr erstmal ordentlich um. Und wenn ihr das Ganze dann umgerührt habt, dann nehmt ihr euch einfach locker, fluffig ein bisschen Tabak auf die Gabel, nehmt euch euren Kopf und versucht, ohne viel anzudrücken, das Ganze einmal hier in den Kopf reinzustreichen. Das heißt, wieder locker, fluffig Tabak auf die Gabel, in den Kopf reinzustreichen. Locker, fluffig auf die Gabel und in den Kopf reinzustreichen. Und erstmal kümmern wir uns nicht zu sehr darum, wie der Tabak liegt. Wir wollen nur erstmal grob geschätzt die richtige Menge von Tabak in unseren Kopf reinpacken. Das reicht mir persönlich nach dieser Gabel jetzt aus für den Virginia Tabak, für den Cola von Ocean. Wenn ihr jetzt noch Tabak an eurer Gabel hängen habt, solltet ihr auf jeden Fall mit einem Zeva, einem Tuch oder irgendwas anderem diese Gabel einmal abwischen. Ansonsten würdet ihr den ganzen Cola-Tabak jetzt in eurer nächsten Dose an Tabak verteilen. Das heißt, so mit der Gabel in die nächste Dose zu gehen, ist ein No-Go. Das heißt, wir nehmen uns einmal ein Zeva und wischen einmal die Gabel ab, damit die wieder sauber ist. Und dann können wir mit unserer zweiten Dose genau dasselbe Spiel nochmal machen. Einmal ordentlich hier durchgehen. Ihr seht schon, dass das Ganze unten drunter deutlich feuchter ist. Und genau aus dem Grund verteilen wir hier einmal bzw. rühren wir hier einmal durch, damit das Ganze schön gleichmäßig ist. Und dann ist es wieder genau dasselbe Spiel. Wir versuchen uns locker fluffig ein bisschen Tabak auf unsere Gabel zu nehmen und lassen den dann in unser Depot einfach reinfallen. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir denken, dass wir die richtige Füllmenge gefunden haben. Die richtige Füllmenge ist übrigens auch Geschmack. Man kann sagen, je mehr Abstand ihr habt, umso leichter ist den Kopf zu rauchen und umso mehr Kontakt ihr habt, umso schwerer wird es. Da gibt es verschiedene Setups, jetzt am Beispiel mit HMD. Ihr seht hier unten diese Balken. Berühren diese Balken nicht den Tabak, es ist ein sogenanntes Abstands-Setup. Berühren nur die Balken den Tabak, es ist ein sogenanntes Balkenkontakt-Setup. Und wenn der HMD komplett auf dem Tabak aufliegt und eigentlich schon gar nicht mehr den Kopf berührt, dann ist es ein sogenanntes Vollkontakt- oder auch Overpack-Setup. Ein Overpack-Setup ist normal ein Alufolien-Setup, was relativ speziell ist. Aber im Volksmund, sage ich mal, wird auch das Overpack- oder Vollkontakt genannt. Ein kleines bisschen Tabak brauchen wir, glaube ich, noch. Das heißt, wir nehmen uns hier noch eine kleine weitere Gabel, streichen den Tabak da noch oben drauf und dann sind wir damit erstmal fertig. Ihr müsst natürlich nicht unbedingt so eine Shisha-Gabel kaufen. Ihr könntet auch eine ganz normale Kuchengabel benutzen, ein Poker, ein Zahnstocher, was auch immer. Solange das Ergebnis am Ende passt, ist das natürlich egal, was ihr da benutzt. Zum Verteilen nehme ich mir gerne die andere Seite von dem Stecher. Ich versuche den Tabak aber nur in Form zu rücken, ohne ihn groß anzudrücken, sodass das Ganze eben nicht zu angepresst im Kopf liegt. Wenn ihr hier außen Tabak auf dem Rand liegen seht, könnt ihr den auch noch einfach mit ins Depot reinstreichen. Und dann verteilen wir erstmal grob den Tabak in unserem Köpfchen, damit wir sehen, ob das Ganze auch passt von der Menge her, die wir erstmal in den Kopf reingepackt haben. Und so arbeiten wir uns dann einmal das komplette Köpfchen entlang. Der Tabak, der auf dem Rand hängt, streichen wir mit ins Depot rein, verteilen das Ganze weiter, gucken, dass der Tabak überall ungefähr auf derselben Höhe liegt, damit er auch gleichmäßig verdampfen kann. Shisha-Tabak sollte in der Regel nicht verbrennen, sondern eher verschwelen. Das heißt, wir wollen unser Trägermedium, den Tabak nur so weit erhitzen, dass die Molasse schön verdampfen kann, die Aromen freisetzt und die mit einer Menge Rauch dann zu uns in den Mund bzw. die Lunge kommen. Bei mir ist das Ganze jetzt ein sogenanntes Vollkontakt-Setup. Wenn wir dann auch mit dem Ergebnis glücklich sind, dann können wir uns nochmal unser Zebra nehmen und einmal hier über den Rand vom Kopf gehen, weil da hängt noch ein bisschen Tabak und Molasse. Das wollen wir nicht, das würde elendig verbrennen unter dem HMD. Und wie gesagt, wollen wir ja nicht, dass irgendetwas verbrennt. Dann können wir unseren HMD nehmen und setzen den einmal auf den Kopf. Bei mir hat der jetzt nur minimalen Kontakt. Also bei mir ist das jetzt definitiv ein sogenanntes Vollkontakt-Setup oder zumindest ein sehr solides Balkenkontakt-Setup. Auch da müsst ihr erstmal rausfinden, was euch gefällt. Aber wenn ihr absolute Anfänger seid, würde ich euch erstmal empfehlen, zu gucken, dass ihr keinen Kontakt zur Smokebox habt. Das heißt tendenziell ein kleines bisschen niedriger bauen, als das jetzt bei mir der Fall ist. Wenn ihr wissen wollt, wie hoch ihr gebaut habt, könnt ihr euren Kopf immer schräg halten. Und wenn die vordere Lippe und die hintere Lippe übereinstimmen und ihr keinen Tabak seht, dann ist das Ganze für den Anfang erstmal sehr solide. Sollte das eher so aussehen, dass ihr den Tabak drüber gucken seht, ist das für den Anfang vermutlich erstmal zu viel Tabak. Und wenn ihr damit fertig seid, habt ihr erfolgreich euren ersten Kopf gebaut. Beispielhaft nochmal ein schneller Kopfbau in einem Meerlochkopf. Falls ihr so einen Kopf habt, ist das Ganze noch einfacher. Ich rühre direkt mit der Stecherseite meinen Tabak um und lasse dann einfach hier Stückchen für Stückchen, so fluffig wie es nur geht, den Tabak rüber in den Kopf fallen. Bei Meerlochköpfen sind Kontakt-Setups deutlich seltener, das heißt da bauen eigentlich die meisten Leute eher auf ein Abstand-Setup, mache ich auch meistens so. Übrigens würde ich empfehlen, wenn ihr Virginia raucht, würde ich größtenteils nur mit Funnel rauchen und je mehr Dark Blend ihr raucht, umso mehr kann man auch mal zu einem Meerlochkopf greifen. Und da ist genau dasselbe Spiel, wir lassen erstmal locker fluffig unseren Tabak in den Kopf fallen, bis wir denken, dass die Menge ausreichend ist. Und bei einem Meerloch ist das Ganze noch einfacher zu verteilen, weil wir eben nur die eine große Fläche haben, ohne dass wir uns dauerhaft um das Funnel-Loch herum arbeiten müssen. Dann verteilen wir den Tabak wieder, wir schieben ihn wieder nur leicht in Form, ohne ihn großartig anzupressen, sodass er locker und fluffig liegt, überall ungefähr die gleiche Höhe hat und wir nirgendwo krasse Lücken haben, wo die Luft einfach durchströmen könnte, ohne Rauch und Geschmack mitzunehmen. Und so wäre dann schon ein Meerlochkopf fertig. Da bleibt in der Regel der Rand relativ sauber, aber auch da kann man einfach nochmal mit einem Zebra rumgehen, sollte da noch Tabak oder Molasse hängen. Und auch da könnte man jetzt den HMD draufsetzen oder man spannt eben Alufolie drüber. Solltet ihr noch keinen HMD haben und ihr habt nur Alufolie zur Hand, dann könnt ihr entweder eine Lage von der sogenannten Panzer- oder Shisha-Alufolie nehmen. Oder wenn ihr Haushalts-Alu habt, nehmt ihr euch davon ein quadratisches Stück und faltet es zweimal zusammen, sodass wir insgesamt vier Lagen an Alufolie haben. Es ist übrigens komplett egal, ob die glänzende oder die matte Folie nach außen geht. Es geht eher darum, dass wir die heiße Luft, die die Kohle umgibt, durch die Löcher reinziehen, nicht ob die silberne oder die matte Folie nach innen oder außen geht. Dann nehmt ihr euch euren Kopf, legt die Alufolie drüber und spannt erstmal grob vor. Das heißt ohne viel Druck oder ohne viel Arbeit gehe ich hier nur einmal rundherum und ziehe das nur mal so grob drüber, damit wir uns das einmal vorstellen können, wie das Ganze sitzt. Dann nehmen wir uns irgendwas, womit wir Löcher in die Alufolie bekommen. Bei einem Funnel müsst ihr jetzt bedenken, dass das Loch immer noch in der Mitte sitzt. Das heißt hier über diesen Bereich wollen wir natürlich keine Löcher haben. Das heißt wir machen einfach außenrum ein paar Reihenlöcher. So, das wäre schon absolut ausreichend. Ihr seht, dass die Alufolie nicht schön gespannt ist. Und das kann ein großes Problem werden. Wenn die Alufolie sich auf das Pfannenloch legt, habt ihr natürlich keinen Durchzug mehr. Und deshalb machen wir auch dieses Zwei-Schritte-System, weil wir jetzt nochmal mit Gutspannung, wir halten hier mit einem Zeh in der Hand die Alufolie fest, greifen hier mit der Hand unter die Alufolie und ziehen sie einmal nach außen und dann nach unten um den Kopf und drücken sie auch an. Und das machen wir hier Stück für Stück einmal rund um den Kopf. Eure Alufolie muss gut gespannt sein, gerade bei einem Funnel essentiell wichtig. Ansonsten ist euer Durchzug komplett für den Arsch und dann macht das Rauchen wirklich absolut keinen Spaß. So, und wenn ihr da einmal zufrieden seid, einmal rundherum gegangen seid, dann steht die Alufolie unten drunter rundherum noch ab. Und dann könnt ihr nochmal mit der Hand hergehen und die nochmal schön nach unten ziehen und auch gegen den Kopf drücken, damit die Alufolie dann auch ihre Form behält. Also schön hier greifen, runterziehen und an den Kopf drücken. Und so könnt ihr das Köpfchen dann mit der Alufolie rauchen. Was auch super ist, damit man nochmal ein bisschen Abstand zu der Kohle bekommt, ein Kamin-Sieb einfach hier mit draufgelegt, damit ihr dann noch ein bisschen Abstand von der Kohle zum Tabak habt, macht das Ganze einfach noch ein bisschen angenehmer. Mit der Panzer-Alu funktioniert das Prinzip ganz genau gleich, nur dass ihr vorher eben nicht vier Lagen Alufolie nehmen müsst, sondern einfach die eine Lage nehmt. Ich finde Alu aber nicht so geil, deswegen kommt die bei mir wieder ab. Und der HMD wieder drauf. Und das sind die verschiedenen Setups, die verschiedenen Kopfarten und die verschiedenen Kopfbauweisen. Nochmal als Erinnerung zu all diesen Themen habe ich noch viel tiefer gehende Videos. Es kommen auch noch einen Haufen Guides, also gerne ein Abo dalassen, wenn ihr die nicht verpassen wollt. Und gerne mal auf den Kanal gucken, falls ihr da noch mehr Infos zu den einzelnen Themen haben wollt, zu verschiedenen Pfeifen, Reviews, Tests, Produktvorstellungen und Co. Alles auf dem Kanal, gerne mal reingucken. Jetzt brauchen wir natürlich noch Kohle. Und das bringt uns zum nächsten Punkt Kohleanzünder, Kohle anzünden und Hitzemanage. Weil der Kopfbau geht Hand in Hand mit dem Hitzemanagement. Selbst der beste Kopfbau ist komplett irrelevant, wenn jemand gar nicht mit Kohle umgehen kann. Deswegen ebenfalls extrem wichtig. Bei Kohle auf jeden Fall Kokoskohle benutzen. Es gibt auch Selbstsünderkohle, die ihr mit einem Feuerzeug anbekommt. Die schmeckt absolut ekelhaft. Das ist auf keinen Fall zu empfehlen. Damit macht ihr euch direkt alles kaputt. Dann müsst ihr euch auch keine Tutorials mehr angucken. Bitte kauft euch gescheite Kokoskohle. Mein Lieblingshersteller ist der Zauberwürfel. Die sind auch mein Kohle-Sponsor. Lasst euch aber gesagt sein, ich würde keine Kohle benutzen, die ich nicht wirklich geil finde. Es gibt verschiedene Größen. Es gibt 26 mm große Kohle und 27 mm große Kohle. Für den Anfang, wenn ihr nicht viel Wissenschaft draus machen wollt, holt euch am besten erstmal 26er. Und wenn ihr irgendwann ein bisschen mehr Erfahrung habt, könnt ihr auch mal 27er Kohle probieren. Die kriegt man aber leider nicht mit dem Feuerzeug an. Man könnte, wenn man ungefähr 20 Minuten Zeit hat, mit einem Sturmfeuerzeug versuchen, die anzubekommen. Aber ihr braucht einen Kohleanzünder. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt verschiedene Größen. Die ganz klassischen, so eine normale Herdplatte ohne die Platte selbst, sondern nur mit der Heizspirale drunter. Es gibt auch noch in verschiedenen Formen, wie zum Beispiel hier die viereckige. Ihr könnt euch da auch noch aus Alufolie so einen kleinen Windschutz drum bauen. Dann geht die Kohle nochmal ein bisschen schneller an. Oder der Ferrari unter den Kohleanzündern, die Shisha-Turbine. Die kostet allerdings 100 Euro und die solltet ihr irgendwo zwischen 15 und 30 Euro bekommen in dieser Variante. Oder in dieser Variante. Achtet aber bei einem Kohleanzünder unbedingt auf die Wattzahl. Bei normalen Kohleanzündern kann das einen sehr krassen Unterschied ausmachen. Die gibt es zwischen 500 und auch 1500 Watt. Je mehr Watt, umso schneller geht das Ganze an. Die Shisha-Turbine hat zwar weniger Watt, aber in der ganzen Konstruktion ist noch ein Lüfter mit drin, sodass da noch ordentlich Sauerstoff mit drankommt und eben dadurch schneller geht. Als erstes das Kabel einfach in die Wand und dann hier langsam andrehen. Wenn ihr das schon auf 5 habt und das Kabel reinsteckt, kann das in alten Wohnungen dazu führen, dass euch komplett die Sicherung rausfliegt. Also da am besten darauf achten, dass das Ding aus ist. Stecker rein und dann langsam hier aufdrehen bis auf die höchste Stufe. Dann legt ihr eure Kohle einfach drauf. Je nachdem, wie viel ihr anmachen wollt. In der Regel macht man drei Stück für einen Kopf an. Für einen Mehrloch könnte man auch manchmal vier Kohlen anmachen, aber normal sollte die mit drei Kohlen relativ gut bedient sein. Und dann wartet ihr, bis die Kohle komplett durchgeglüht ist. Es dürfen keinerlei schwarze Stellen mehr an der Kohle zu sehen sein. Die muss komplett an sein. Am besten erkennt ihr das daran, wenn sich schon eine leichte weiße Ascheschicht außenrum bildet. Blende ich euch aber nochmal ein, wie Kohle aussehen sollte, wenn sie fertig an ist. Und dann können wir die Kohle auf unseren Kopf legen. So, Platzierung der Kohle in den verschiedenen Setups. Wenn ihr mit einem HMD raucht, kommen in der Regel zwei Kohlen, wenn sie angezündet sind, in den HMD. Und zum Anrauchen kann man sogar noch eine auf Kipp oder zwei auf Kipp machen. Dann müsst ihr darauf achten, wie sich das Ganze anfühlt beim Rauchen. Und wenn der Rauch am Start ist und der Geschmack am Start ist, dann nehmt ihr mindestens mal eine Kohle runter. Vermutlich raucht ihr aber mit drei und nehmt auch diese Kohle runter, damit ihr zwei Kohlen im HMD habt. Wenn auch das noch kratzig ist oder euch zu heiß ist, könnt ihr eine Kohle in die Mitte vom HMD legen und zwei außen kippen. Das sogenannte Mickey Mouse Setup. Und wenn das immer noch zu heiß ist, dann könnt ihr auch die andere gekippte Kohle noch wegnehmen, sodass ihr eine Kohle drinnen und eine auf Kipp habt. Und das wären die verschiedenen Stufen. Wenn ihr dann raucht und die Kohle langsam kleiner wird, könnt ihr irgendwann die nächste Kohle wieder mit reinlegen. Und wenn auch das nicht mehr reicht, könnt ihr die dritte Kohle noch mit drauflegen. Und wenn die schon so klein sind, dass sie mit reinpasst, könnt ihr auch noch die dritte Kohle komplett mit reinlegen. Bei einem Kamin Setup legt ihr in der Regel die Kohle so nach außen hin, raucht langsam den Kopf an. Und je länger ihr raucht, umso weiter könnt ihr die Kohle immer wieder Stückchen für Stückchen in die Mitte legen. Je kleiner die Kohle ist, umso weiter in die Mitte, sodass immer noch genug Hitze an den Kopf kommt. Und das ist schon alles zum Kamin Setup. Genau dasselbe würdet ihr auch machen, wenn ihr einen Kopf mit Alufolie und dem Kaminsieb braucht. Das heißt erstmal schön weit nach außen und mit der Zeit vielleicht noch ein kleines bisschen weiter in die Mitte. Das heißt, ihr fangt an und legt euch drei Kohlen außen auf die einzelnen Streben und könnt dann langsam weiter die Kohle in die Mitte rücken, bis auch der Kopf geraucht wurde. Ohne das Sieb vom Kamin wird das Ganze ein bisschen tricky. Ihr wollt eigentlich da die Kohlen auch schön weit außen hinlegen, aber sodass sie euch nicht runterfallen. Vielleicht raucht ihr mit zwei Kohlen und müsst ihr dann ab und zu ein bisschen verrutschen, damit ihr den Tabak gleichmäßig verdampft. Vielleicht raucht ihr mit drei Kohlen, müsst ihr aber aufpassen, dass die Hitze nicht zu viel wird. Das ist mit Abstand das schwierigste Setup, um die Hitze von der Kohle ordentlich einzuteilen und den Tabak nicht verbrennen zu lassen. Es gibt Leute, die mögen das. Mir wäre das Ganze viel zu stressig. Und ich bin da eher Team HMD, weil beim HMD mache ich das Ganze so. Am Anfang kommen meistens zwei rein. Eine auf Kipp. Dann rauche ich, bis das Ding angeraucht ist. Nehme diese Kohle weg, genieße mein Köpfchen weiter, bis ich merke, die Rauchentwicklung wird weniger. Pack die Kohle wieder mit drauf. Die fällt dann meistens irgendwann automatisch mit rein und dann ist das Köpfchen auch meistens durch. Das heißt, hier mit einem HMD hat man einfach mit Abstand am wenigsten Stress und meiner Meinung nach trotzdem den besten Rauch und besten Geschmack. So, und genau so, wie eben beschrieben, kommt jetzt unsere Kohle hier in den Kopf. Eine Kohle dahin. Eine zweite mit rein. Und eine dritte oben auf Kipp. Und so können wir das Ganze jetzt langsam anrauchen. Und wenn das angeraucht ist, dann kommt die wahrscheinlich runter. Und sollte das noch zu heiß sein, zur Erinnerung, ihr könnt immer auch das sogenannte Mickey Mouse Setup benutzen. Das wäre jetzt einmal das Mickey Mouse Setup. So könnt ihr rauchen, wenn es euch zu viel Hitze ist. Wenn das immer noch zu viel Hitze ist, könnt ihr so rauchen. Aber zum Anrauchen werde ich jetzt erstmal zwei Kohlen in den HMD packen und eine dritte noch oben drauf kippen. Und wenn die Kohle auf unserer Pfeife liegt, dann müssen wir das Ganze noch anrauchen. Bei einem Funnel geht es etwas schneller. Bei einem Meerloch dauert das ein kleines bisschen länger. Ihr könnt einfach alle 30 bis 60 Sekunden mal ziehen und gucken, ob das Köpfchen schon an ist. Aber wartet nicht zu lange, ansonsten könnte das ein bisschen schwierig werden. Das heißt, wir schnappen uns unseren Schlauch, ziehen mal und gucken, ob schon was kommt. Ein bisschen kommt schon, aber dem kann man auf jeden Fall nochmal 30 bis 60 Sekunden geben. Nach ungefähr drei Minuten nehmen wir jetzt nochmal einen Zug. Und jetzt raucht das Ganze doch schon wunderbar. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, an dem wir die dritte Kohle, die noch oben drauf ist, einmal runternehmen können. Schmeißen wir einmal in den Kohlekorb. Kauft euch bitte unbedingt einen Kohlekorb. Euer Boden wird es euch danken. Und so könnt ihr jetzt wundervoll euer erstes Köpfchen genießen. Lasst gerne ein Abo da für mehr Shisha-Tutorials. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG. Eure Shisha-WG. Eure Shisha-WG.